Leute, ich wurde gerade gerufen, dass ich ganz schnell zum Basketballplatz kommen soll. Mal gucken, was da passiert ist. Aber Leute, ihr könnt schon mal den Kanal abonnieren. Wir sind so knapp von den 100.000 Abonnenten. Und wenn, ein liebes Kommentar da lassen. Und dem Video einen Daumen nach oben geben. So, was ist denn hier los? Hagiwagi, der Triditan, ein komischer G-Man. Der sieht richtig böse aus. Guckt euch mal an, seine Augen. Dann haben wir hier diesen mechanischen, ultimativer G-Man-Titan. Der normale G-Man. Und JJ? Hallo, ich bin JJ. Was ist denn hier passiert? Und, oh, ich sehe schon, was hier passiert ist. Hier liegt der Mutanten-Speakerman-Zombie rum. Und wer hat ihn erledigt? Einer von euch war es doch, oder? Ja, ja, es war einer von uns. Aha, JJ, also weißt du es, wer es war? Nein, ich weiß es nicht, oder? Vielleicht war ich es, oder vielleicht auch nicht. Okay, das müssen wir herausfinden in diesem Video, wer den Mutanten-Speakerman-Zombie erledigt hat. Okay, so. Dann gucken wir mal rein. Okay, wir haben hier ein Clipboard. Da steht noch nichts drauf. Dann schreiben wir da jetzt mal hin. Morddokument. So. Wer? Mutant-Speakerman. Äh, so. Äh, wo? Basketball-Platz. Äh, wie? Fragezeichen? Äh, Zeugen? Hagi? Wagi? Dann haben wir hier den Tri-Titan. Irgendein G-Man? Ein Mecha-G-Man? Ein... Was ist? Äh, JJ? Und... Was ist das hier eigentlich? Wie nennt man den? Also, schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr diesen G-Man nennt. Ich weiß es nicht. Äh, weiterer G-Man. So, keine Ahnung. So, okay. Und Uhrzeit. Uhrzeit. War drei Uhr nachts. Perfekt. Gut, dann haben wir das schon mal erledigt. Wie? Müssen wir noch herausfinden. Hm, der hat so viele Brand... Oh, ich hab ihn gerade verschoben. Der hat so viele offene Wunden. Das sieht eher so verbrannt aus. Okay, das müssen wir uns mal merken. So. Hagi-Wagi, du altes Monster. Wir haben schon lange nichts mehr von dir gehört. Wo warst du denn? Hä? Ich war's. Ich war's. Ich war's. Ich war's. Ach, jetzt komm mal runter. Du... Du... Du warst vor zwei Jahren die ganze Zeit in den Videos. Jetzt lass doch mal den neuen bisschen in den Videos. Nein, nein. Ich war's. Ich war's. Ich war's. Jetzt... Okay, wir gucken erst mal in seine Kiste rein. Und da ist nur eine Poppy mit Handschuhen. Du kannst das gar nicht gewesen sein. Oh. Bitte. Aber was ist denn mit Hagi-Wagi los? Okay. Tri-Titan. Wie sieht's denn bei dir aus? Also. Ähm. Keine Ahnung. Ich wollte hier eigentlich mich beim Fitnessstudio anmelden. und dann wollte ich hier festgehalten. Aha. Beim Fitnessstudio anmelden. Warum willst du es im Fitnessstudio angehen? Du bist doch mechanisch. Du hast nur Maschinen. Warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Äh. Okay, du hast recht. Eigentlich wollte ich zur Tankstelle gehen und mir nachts noch einen Mitternachtssnack holen. Aha. So ist das also. In der Nacht noch schnell zur Tankstelle um vielleicht sich nochmal ein Eis zu holen oder so. Ah. So ist das also. Mal gucken, was du hier gemacht hast. Clown? Und ein Fernseher? Aber die Clown, warte mal. Deine Haut ist ja hier überall aufgerissen. Mhm. Du könntest ein Täter sein. Du, du bleibst hier, Tri-Titan. Nein, 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 nein. Bitteschön. Bitte, 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 bitte. Ich möchte nach Hause. Niemals. Du gehst nicht nach Hause. Und du, komischer G-Man-Titan. Ah, 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 ah. Ich bin der G-Man. Ah, 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 ah. Hallo. Ich bin... Ah, 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 ah. Kannst du dich mal ein bisschen beruhigen? Nein, 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 nein. Ich kann das nicht. Okay, dann sag mal, wo du um drei Uhr nachts warst. Ich war hier auf den Straßen unterwegs und habe was beobachtet. Okay, und was hast du so beobachtet? Dann erzähl mal und schieß los. Na, nur gegen eine Bezahlung. Ach, auch noch mich erpressen. Also, okay. Du weißt schon, dass du dafür ins Gefängnis kommst. Laser und Flammenwerfer. Okay, 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 jetzt wissen wir es. Laser und er ist auch verbrannt. Also, könnte er gewesen sein. Du bleibst hier. Oh, nein, nein, nein. Ich bleibe nicht hier. Doch, du bleibst hier. Du bist ein Tatverdächtiger. Und wow, du siehst ziemlich krass aus. Wie groß du bist und so eine Axt und... Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hallo? Mit welchem Kopf muss ich reden? Den in der Mitte. Also, was ist hier los? Ich möchte nach Hause. Ich möchte ein bisschen schlafen. Ah, okay, du willst nach Hause. Warum bist du so schnell nach Hause? Warum kannst du nicht kurz warten, dass ich mit dir reden kann? Weil es sehr spät ist. Ich war die ganze Nacht wach. Ich möchte jetzt endlich nach Hause. Aha, dann lass mich mal schnell gucken in deine Kiste. Eine Axt und einen Raketenwerfer. Ja, also nichts Schlimmes. Da ist nichts kaputt. Hier ist nichts, keine Löcher. Ich denke mal, du bist sicher und kannst nach Hause gehen. Falls was ist, holen wir dich von zu Hause aus ab. Okay, okay, danke, danke, danke. Ciao. Okay, jetzt haben wir jetzt zwei Leute, die verdächtig sind. Und jetzt haben wir hier noch den G-Man. Du magst ja eh die Skibli-Sachen nicht. Hallo. Und ja, da haben sie recht. Ich mag die Skibli. Nee, die Skibli-Toiletten mag ich. Aber die anderen, die Titanen und so weiter, die mag ich nicht. Und deswegen bist du ein Verdächtiger. Und du hast ihn hundertprozentig erledigt. Irgendwie hast du was in der Hand damit. Nein, ich war es nicht. Und ich kann es beweisen. Guck in meine Kiste. Okay, ich gucke in deine Kiste. Jetpack und ein Laser. Nee, 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 nee. Der Laser kann auch Brandspuren machen. Und weißt du was? Der Mutantenspeakermann ist verbrannt. Oh, das wusste ich nicht. Hä, klar wusstest du das? Sei leise, alter Mann. Sonst muss ich dich erledigen. Aha, hast ihn gerade gedroht. Dann bleibst du mal lieber hier. Oh, das war ein Fehler. Aber okay. Okay, so, JJ. Kannst du mir sagen, wer es war? Also, gegen ein Big Mac und ein Cheeseburger sage ich alles. JJ, das können wir dir später geben. Jetzt sag doch einfach mal, wer es war. Warte mal, ich muss gerade überlegen. Okay, in der Zeit gucke ich mal in deine Kiste. Ein dreckiges Kostüm? Was ist das? Oh, ja. Ich erinnere mich, das habe ich im Müll gefunden. Ein dreckiges Kostüm. Das hat auch überall so rote Flecke. Also hat sich jemand hier ver... Naja, das angezogen und das gemacht. Hagiwagi, warst du es doch? Ja, 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 ich war es. Nein, du warst es nicht. Okay, warum soll er lügen? Warum soll er zugehen? Also, ich habe es... Warte mal, wo habe ich denn das nochmal gefunden? Oh, ich weiß es nicht. Jetzt denk nach, JJ. Du hast nur eine Aufgabe und die ist wichtig. Dass wir den Täter finden. Also, ich überlege doch schon. War ja klar, dass er nichts finden wird, oder? Oh, ja. Ich habe es hier bei der Bushaltestelle hinter dem Telefon gefunden. Hinter der Bushaltestelle bei dem Telefon. Und da stehst du gerade. Wie kann das sein, dass er ein Kostüm mit... Naja, mit roten Flecken? Weil die er in der Nähe findet. Ah, dieser alte Mann. Ich wusste es, dass sie einfach alle ausschalten sollen. Und die größte Skippe, die es gibt, auf euch hetzen soll. Aha, also wusste ich es, dass du der Täter bist und unseren Mutantenspeakermann erledigt hat. Ich hätte erst gedacht, dass er es wäre. Oder er hier. Aber ich hätte niemals gedacht, dass du es warst. Warum machst du sowas? Du kommst jetzt mit ins Gefängnis. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr gewusst hättet, wer es gewesen wäre. Oder was ihr geschätzt hättet. Und wenn ihr mal wieder mehr Folgen mit Hagiwagi sehen wollt, dann abonniert mal den Kanal. Schreibt mir über das Kommentar. Gebt ihm wieder einen Daumen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.